Ah, Kausch! Du machst auf Casting-Kausch mit mir. Gerade hier ein bisschen gespritzt. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe heute Mechaniker, Erling Simsalabim, bei mir. Der Sidi, ihr kennt ihn ja von Instagram. Heute geht es um frohe Botschaften und du darfst gleich du heraussen. Also, liebe Freunde, es ist ja so, halt Stopp! Wir brauchen zuerst noch einen... Liebe Freunde, das Kultfest vom Morphacult steht an. Es wird das geilste Event, wo wir den geilsten. Das geilste, geilste Event des Jahres. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Für das haben wir uns ganz etwas Spezielles ausgedenkt. Wir wollen euch etwas zurückgeben. Wir wollen etwas verlassen. Und was ist das geilste, was wir verlassen können? Es ist klar, was wir verlassen, das ist ein Töffli. Wer weiss besser, was das geilste Töffli ist, als der Chef der Töffli, der Mofa-Messias himself. Der Mofa-Gott. Und er sagt natürlich, ich brauche Sport. Sein Töffli, der alles angefangen hat, der X30. Wir sind auf der Suche, haben etwas gefunden. Und noch ganz kurz, um zu kaufen. Es wird Partys geben, es wird Live DJs, Bands, Ausfahrt, Flo, Markt, Zellplatz. Drei Tage. Schauen wir mal. Das ist gut. Was mir noch wichtig wäre, Sidi, ist dort auch ein Kaffeemobil unterwegs. Sonst komme ich nicht. Marco, was hast du uns da vor einer Perle gegeben? Uff, ich habe die euch nicht gegeben und die haben gestohlen aus dem E-Strich. Schau, das ist schon krass. Vor mir, was ist das? 14 Zoll? Das ist fucking Chopper, Mann. Da gibt es eine richtige Perle. Schauen wir mal die Lackierungen. Wenn wir das Ganze umbauen würden, müssen wir mindestens den Tank halten als Andenker. Innen noch Violett? Die haben sich Mühe gegeben. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier etwas richtig Schönes draus. Den Tank behalten wir. Der Optiker ist ja auch der Lucht Tank schöner zu diesem. Farblich können wir uns etwas überlegen. Der Töffel-Lehrling Simsela Binda Benin, das hilft dir ein wenig. Können wir einen Pink machen? Wir bauen den aus, um bei uns ins Museum zu stellen. Genau. Wie wir abgemacht haben. Also der Chef ist gegangen, liebe Freunde. Er weiss nichts davon, dass wir den für euch rausballern. Nicht so doof, ey. Oh ja, sorry. Das ist die Pocahontas. Ich unterstütze ihn. Wir erwarten nicht zu viel. Vielleicht brauchen wir dann auch noch gute Hilfe vom Kundendienst. Machen wir euch keine Sorgen. Alle wichtigen Teile werden durch den Kundendienst abgeschickt. Machen wir euch auch keine Sorgen wegen dieser ganzen Optik. Weil so leid es mir tut. Wir behalten sich an den Tank. Wir ersetzen den Tank. Aber andere Gabel, eine originale Gabel, andere Lenker. Also das Ding auch aussieht wie ein Spörtel. Fuck, ich hätte den auch gerne, Mann. Ich würde den gewinnen. Ja, kaufst du ein Ticket zum Kauve? Hey ja. Und jetzt geben wir euch noch schnell einen Sneakteig. Unser neuer geiler Anhänger. Der wird dann am Kauve rumballern mit dem Hexenlehrling Knusti Pausti. Wir werden euch bedienen. Hey hallo. Ich hätte gerne einen Goodiebag. Kann ich noch einen Goodiebag kaufen? Goodiebag, 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 Goodiebag. Ich bin mal hier oben. Er kennt irgendjemand jemand. Sagen wir noch, jetzt legen wir los, oder? Ich würde gerne den hier kaufen. Aber gehört doch der geile Schau da. Ich muss vielleicht noch etwas zu sagen zur Verteidigung unseres neuen Fahrzeuges. Die Farbe, die habe ich nicht ausgewählt. Ah, Warten geht nicht. Er ist nicht so trainiert wie ich. Und wer hat sie auch im Goodiebag gehabt? Tadaaa! Oh, das Licht geht hinten. Hä? Eigentlich fast fertig. Ihr habt es ja gesehen gehabt. Also es ist wirklich wie das Airbrush ist. Ich meine, ich bin jetzt kein Profi. Aber die Details. So klein. Das ist wirklich krass gemacht. Ich bin Pirat. Bist du Pirat? Also nimmst du alles auseinander? Gut, also. Ich komme einen Kaffee. Ich würde jetzt anfangen. Schau dir erstmal, ob der Funke überhaupt kommt. In den Kerzen, weisst du? Wir revidieren ihn ja eh. Weisst du im Z50 musst du das machen? Weisst du im Z50 musst du das machen? Weisst du im Z50 musst du das machen? Weisst du im Z50 musst du schauen? Kannst du sie einfach anheben? Da weg nicht. Wenn es einen Funke gibt, dann... Okay, mach. Zeigst du das? Nein, ich zeig es später vielleicht. Das sind die für uns. Ja, das müssen wir machen. Komm, leg doch eine an! Ich tu mich jetzt noch gleich kleiden. Sind die sehr schön. Sind die schon? Nein. Vielleicht könnt ihr aber auch noch eine so etwas verlosen. Ah, nein. Wir dürfen nicht viel mehr los. Wir dürfen nicht die Lackshose verlosen. Mhhh. Das ist wie wenn die... Wir fangen an, die arbeiten. Alle nicht an. Das ist ein Lumpenladen. Ein Lumpenladen. Du schaust den Sattel runter. Das ist die 17. Hey, nicht auf den Lack. Jetzt müssen wir neu lackieren. Oh nein. Oh nein. Schau mal, das ist Hydric. Schau mal. Wow. Er hat ja gesagt, der Hübel muss ins Museum, oder? Sagen wir einfach alles andere sei uns abhandengekommen, sei uns anangekostet. Oder ins Museum. Wir brauchen eine Schachtel. Weil für alle Mütter... Hier tun wir nur die Schöne, jeder. Dort nur die Schöne, aber wir brauchen auch etwas, das man diäten können. Los im Slabim. Jetzt gehst du in den Hundedienst. Dann sagst du, du willst Puzzetti... Das Magento-Schelleli. Das Magento-Schelleli. Das magische Schellchen solltet ihr das ausbuchen. Dann gehst du gleich ins Lager holen, du weisst jetzt wie das funktioniert. Genau. Kannst du mir eine Magnetkiste ausbuchen, wo man Schraubchen hat? Mhm. Gute Musik hast du da. Fuck. Also, liebe Töpfle-Freunde, was würdet ihr denn für eine Farbe wählen? Was fändet ihr geil? Sollen wir es in den Kaufe lassen? Was ist denn das Kaufe? Das sieht aus wie Affe, findest du? Ja, das ist einfach Affe geil. Grün. Wir haben noch nie Grün gemacht. Einmal Green Squeeble haben wir gemacht. In so einer Orifarbe fänd ich schon geil. Mir hat das Orange mega gefallen, als wir den Maxi gemacht haben. den wir auch verlassen haben. Würde ich aber jetzt hier nicht machen. Und den mit dem Loch-Tank? Ich höre, im Crown. Wir verchromen alles. Geil, aber weisst du, wer geil wäre? Wir verchromen alles! Weisst du, wer geil wäre? Das Kaufe-Logo auf dem Tank, Mann. Das ist ja verdammt... Der Hobel ist unik. Den gibt es nachher nur einmal. Der, der gewinnt, hat das kräftigste Hobel vom Mofa-Kult, den sie gegeben hat, um zu verlassen. Findet ihr Maxi geiler oder Spörtl? Mein Traum war immer ein Zweigang-Spörtl. Oh, schau, hier ist etwas, das wir lernen müssen. Wie heisst das Ding? Das ist, äh... Die Mutter, ja. Gabelführer. Gabelschaft-Butter. Das ist immer noch dran. Ja, ja, ja. Schon mal am richtigen Part vom Ding. Kann ich hier mal alles abschneiden? Fast, ja. Gut, das habe ich im Gebet. Haben wir gerade den Altmetall-Schachtel? Ja. Ah! Gerade gestochen. Ah! Simsel Abim hat Verletzung. Ah, jetzt entdeckt, da kommt alles raus. Dann wäre das so richtig schön gewesen. Dann gebe ich ja Mark. Also, andenken. Leute, schnitt doch mal ab. Du bist auch immer wie ein Betterkind am Bahnhof gewesen. Es ist ja so, das Kaufen ist ganz limitiert. Also, das heisst, es ist eine limitierte Teilnehmerzahl. Und gewinnen kann man diese Perle, indem man ein Ticket hat. Ein Verlost-Ticket. Man braucht ein Ticket. Und man muss vor Ort sein. Er wird verlost. Wann, wissen wir noch nicht, an welchem Tag. Liebe Leute, von heute. Hier ist der Lehrling Simsel Abim. Am 28. April geht der Ticketverkauf für das Kultfest los. Alle, die ein Ticket kaufen und in Ramse vor Ort sind, nehmen live an dieser Verlosung Teil von diesem wunderschönen Puch-Sport-2-Gang. Handgeschalten. Bald wunderschöne. Bald wunderschöne. Bald wunderschöne. Puch-2-Gang-Sportel. Es hat, solange es hat, es ist limitiert. Wenn es ausverkauft ist, haben wir keinen Platz mehr. Ich finde es gut, dass der Sidi jetzt dabei, weil der hat es jetzt auf Hochdeutsch, Mundart und Englisch verzählt. Also, das ist alles gleich abgegriffen. Du bist so gebildet, Junge. Könntest du die Lagerschale rausnehmen? Das ist das Lagerschalen-Werkzeug. Soll ich mit dem jetzt wieder arbeiten? Die Lagerschale rausnehmen. Lagerschale? Hat es gar keine Lagerschale? Schreib mir mal in die Kommentare, wenn wir so eine Lagerschale rausnehmen. Das ist wie, wenn du bei den Wasserwageln sagst, holst du ein Blöterchen für die Wasserwageln. Das Wasserwageln-Blöterchen? So. Nein! Nein! Sollst du die Lagerschale rausnehmen? Muss ich jetzt diesen rausnehmen? Ich nehme einfach die Hand runter. Du bist gut gebildet. Der war ein alter. Die nimmt man raus, dass wir danach den Armen schön lackieren können. Schmeiß weg. Haben wir einen Lumpen, um wir gleich wieder... Nein, das haben wir leider keine in der Werkstatt. Ja, drück ihn! Zieh ihn! Nein, den brauchen wir noch. Eben. Was machst du jetzt? Lösen. Jetzt brauchen wir einen Zündkerzenschlüssel. Nein, alles was im Motor ist drin, dann kommt kein Dreck hier. Ich habe das gelernt vom Köbi, dass es einen extra Zündkerzenschlüssel gibt, mit einem Drehmoment. Zweimal muss klicken, dann ist es gut beim Anziehen. Egal auf was er eingestellt ist. Nein. Nein, wirklich. 34 Nm. 34 Nm. Du, ich kann mir ein bisschen einstellen. Weiss nicht, wie ihr es macht. Der läuft wie ein Schnürchen. Schnickschnack. Wow. Was ja wirklich gebig ist, ist, dass es auch so kann es machen. Also wenn du irgendwo dabei bist, hast du eine Stahlschraube. Wenn du eine Krummstahlschraube hast, hast du es nicht. Es hält dir auch gleich alles drinnen. Richtig geil, Mann. Das ist gebig. Ich bin ein recht guter Halter. Jetzt lohnt es sich auch zum Neu lackieren. Jetzt ist ein Lackscher da drinnen. Sigi hat mir jetzt gezeigt, wie ich in meinem Leben durch und ohne arbeite. Das ist geil, oder? Das ist sehr gut. Das ist ein gutes Gefühl, oder? Ich bin nur noch der Schlüsselholder. Da hast du die Männerhandtasche. Das ist jetzt unser Rähmchen. Die Schwinge müssen wir noch nehmen. Ist die Schwinge hier unten? Du mal den Namen ergründen. Schwingt. Nein, das ist ja... Das ist ja fix. Ah, das ist ein NS. Das ist ein NS. Der kann schwingen. Eben. Die haben einfach die Schwingen genommen und angeschweisst. Wenn ich jetzt nicht gefedert würde. So, Freunde. Ihr habt gesehen, es gibt richtig eine geile Perle zu gewinnen. Das Ding wird gut lackiert. Der wird professionell revidiert. Das wird in den nächsten paar Mal passieren. Ihr denkt daran, ab 28. 28. Ab 28. könnt ihr Tickets für das Kufe bestellen. Vor Ort in Ramse. Der Kib wird verlost. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Fertig geschnorrt. Wir kümmern uns um das Ding. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kaufen Tickets. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Tschüssens. Machst du da fertig, Roger? Morgen kommt noch schnell auf. Tickets. Mist. Skaschar. Ja, und dann weufen. Tickets. Tickets. TAB. Tickets. T Hafs.